Es ist mittlerweile Nachmittag, wir haben jetzt echt einen Kaffee nötig. Deswegen sind wir hier am Stand von Muffin Man und wir hätten gerne einen Kaffee Latte. Mit Oya Vanille? Oh ja, sehr gerne. Muffin, Muffin Man. Hallo, wo kann man euch denn finden, wenn man immer mal wieder einen Kaffee trinken will? Wir sind dreimal in Hannover vertreten. Einmal am Königshorter Platz, nicht weit von hier. Dann in der Rehbockstraße, an der Lutherkirche, an der Nordstadt. Und dann noch einmal am Weißen Kreuzplatz bis der Meide 17. Liebe Hannoveraner, ihr habt es gehört. Wenn ihr Muffin braucht und Kaffee, das sind eure Adressen in Zukunft. Ab sofort. Oh, schau mal. Vielen Dank. Lass ihn dir schmecken. Dankeschön. Tschüss.